Zuerst habe ich ein Haus gekauft, da habe ich im Internet die Werbung vom BTI gesehen und die haben ein sehr schönes Haus angeboten und dann bin ich hingegangen und habe ich angerufen und die haben auch sehr freundlicherweise uns einen Termin gegeben, dass auch meine ganze Familie frei sind und die haben auch wirklich auf uns gewartet, das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Am Schluss haben wir das Haus gekauft. Ich bin sehr sehr zufrieden, deswegen haben wir beim Wohnungsverkaufen auch sofort an Herr Zander gedacht und den Auftrag hat Herr Zander gegeben und die war auch sehr sehr schnell. Das ist auch wirklich, so habe ich nicht gedacht, das war wirklich toll. Wir haben mit Urheil geredet, wir verkaufen die Wohnung und Donnerstag kam der Chef mit Herrn Zander zusammen zu meiner Wohnung, haben angeschaut, haben wir ein Ziel angesetzt und kommt Freitag die Fotograf und Samstag steht schon im Internet. Was es noch nicht gedacht ist, nach ungefähr genau drei Wochen sitze ich mit dem Käufer im Notal. Dadurch habe ich beim Fotograf ein 360 Grad Video gemacht, muss man auch nicht so viel Besichtigung bei uns stattfinden, sagen wir mal so. Da war glaube ich vier, fünf Mal war jemand bei mir da. Da habe ich selber drei Kinder haben, ist es auch sehr gut für uns, dass es nicht so viele Leute bei mir vorbeikommen. Ja, das ist die Abwicklung wirklich sehr sehr schnell und Herr Zander hat wirklich alle Aufgaben selbst erledigt, wir müssen nur zum Notar gehen und dort unterschreiben. Oh ja, uns ist wirklich sehr sehr gut gefallen und ich kann auch Firma BTI immer weiterempfehlen. Das ist wirklich sehr sehr. Ich habe mich noch einen Daumenern bekommen und ich wünsche dir, was ich mir auch eine Sache von Ihnen besuchte, was ich mir gleich ist, dass wir heute von Ihnen wieder vorbeikommen haben. Und das ist sehr gut gefallen hat, also habe ich mich noch ein paar Minuten, weil ich schon wieder gut gefallen habe, weil ich mich noch nicht mehr da habe und was ich mich erscheche. Vielen Dank.